Das Wiesent. Äh, Leute, das ist kein Wiesent. Das Wiesent. Also, jetzt mal im Ernst, Leute. Das Wiesent. Europas größtes Säugetier. Schon vor 30.000 Jahren zogen Unmengen an Herden durch Europa. Heute sind es nur noch einige wenige Tiere, welche hier leben. Unsere bewaffneten Lustknaben sind drauf und dran, die letzte Herde Mitte Europas auszurotten. Ob sie das schaffen und welcher Herausforderung sie sich stellen müssen, das seht ihr jetzt. Grüße. Und rein. Fertig. So. 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 Oh. Meine Damen und Herren. Gut. Stefan Rapp geworden. Digga. Das ist der Nick. Ziemlich dick. Den Hund kann man nicht abschießen. Und wir gehen heute Wiesent. Unterjagen war da. Digga. Als wenn das ein Brumpfstrahl ist, Junge. Das. Digga. Ich will bummsen. Ah. 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 Der hat so richtig Bock eine flach zu legen. Ah. Ah. Ach das meinte Psycho Andreas damals. Oh. Oh. Und raus. Ah. 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 Du was weißt so. Ich hab eine gefunden. Weißt du auch wo da hinten wo so einen Außenposten ist. Um sein Inventar ein bisschen zu bearbeiten. Ah. Ah. Ahah. Ahah. Ah. 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 Essensstand, Junge. Essensstand. Ist kein Essensstand. Isst eine Information. Schmutz. Oh, warte. Warte. Flashback. Eine Tür, die sich auf- und zu machen lässt. Jaaaaaaaaaaaaaa. Gehen wir rein, oder? Nach ihm. Bolzen geschärftes schneiden, 600 Gramm, die sind auch für, die sind für Wiesende, Wilhelm Till is back, oder? Warnruf Wiesende, komm zu Papa, ich brauch noch ne Medaille, das sind nur, 1, 3, 3, 4, Ach, wo sind sie denn, Junge, wie kann man denn 50, 8 Tonnen, Bieste, im Wald verlieren, Junge? So ein Tiger wiegt doch locker ne Tonne Deine Mom wiegt locker ne Tonne Äh, direkt vor uns, ne? Oh, Bruder! Den ersten Welche, der blaue, oder was? Was, blau, Junge, die sind bei mir orange, den linken, den links markieren Ich seh den leider nicht markiert Wie markiert man nochmal Oh, ich bin überfordert, das ist so viel Nein, beruhig dich Oh, jetzt hat der alle markiert Du bist so ein dicker Junge, wirklich Ruhig, wir schießen auf den Ah ja, jetzt ne ich nur orange markiert So, 3, 2, 1 Schuss Er kommt, er kommt Welcher war denn das jetzt? Der rechte, der rechte 3, 2, 1, Schuss Oh, die haben beide getroffen Juckt ihn gar nicht Welcher war denn das jetzt? Der rechte, glaube ich, wieder 3, 2, 1 Schuss Och, jetzt hab ich den falsch getroffen Oh, 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 oh Wir nehmen einfach alle Hops Die rennen weg! Einer steht hier noch Genau Ja, er liegt Der andere, der andere Schieß ihn Ja Keine Zeugen Mach ihn lang NIEMUND LÄUFT WECK! Digga... Gut, er läuft auch weg. Ja, denn lass mich gucken, Alter! Ja, natürlich. Bisent! Wer bist du? Du bist kein Bisent! Du bist ein Bisent und dummer Nutten und ich hab dich getötet, Alter! Oh, mit 6 Prozent! Digger, mein Schuss ist hier genau zwischen den Augen, Alter! Ich hab... Ich hab hier einmal das Bein gebrochen! Mach mal... Ein wahrer Jäger! Weiß ganz genau, dass man den Bisent am besten tötet, wenn man ihm einfach mal das Bein wegschießt! Mit dem Crossbow! Was hab ich denn gemacht? Weil ich hab den nämlich genau zwischen den Augen gebrochen. Digger, du hast so in sein Arschloch rein! Das war ein Durchschuss, Junge! Hör, hör zu, hör zu, mein Junge! Muskel, Schädel, Kiefer, Schulterblatt, rechts, Lungenflügel, links, Herz! Die Stiften irgendwo direkt vor uns stehen. Deine Kuh vielleicht? Stopp! Ah! Er kommt! Er kommt! Oh mein Gott! Schieß ihn ab! Schieß ihn ab! Ja! Mann! Ah! Darf ich reingucken? Jetzt! Okay! Alter, du hast... Oh, den haben wir vorhin schon getroffen! Pass auf! Ich hab den jetzt gekillt mit dem Muskel vorne, 73%. Dann du hattest nochmal Muskeln im Arsch getroffen, 7%. Ja! Immer in den Arsch! Freunde! Du hast dann nochmal Muskelschädel, 2%, und ich hatte 18% Muskel, Gehirn, Kieferschädel. Merkt euch das, Freunde! Immer schön in den Arsch! Und ins linke Bein! So muss das sein! Amonymiertopfähne! So! Das war aber jetzt wahrscheinlich nicht der einzige, und war ja ne ganze Herde hier, ne? Jetzt haben wir aber ein Problem... Hier rechts ist was! Das ist nur ein Stein! Alter! Da liegt einer! Ja! Das ist doch kein Stein! Ah! Ich mach ihn lange, Junge! Oh, du hast ihn getötet! Los! Du hast ihm das linke Bein weggehauen! Alter, hier steckt nochmal ein Pfeil drin! Alter, der Pfeil ist abgebrochen, nachdem der eingeschlagen ist! Digga! Ich hab ihm ins linke Bein! Du hast ihn ins rechte Bein! Ich hab auch ins rechte Bein! Und du hast ihn auch ins rechte Bein! Wir haben ihm nur die Beine zerberselt, Junge! Wir haben da einfach behindert geschossen! Oh! Oh! Warnung! Brunftschrei! Die wollen poppen! Ich hab Warnung bekommen, hä? Hehehehe! 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 Brunftschrei! Da! Geradeaus! Oh! Jetzt hast du dich verschreckt! Und auf den... Oh! Ja! Werde ich stehen! Die sind nicht verschreckt! Ja, okay! Lass ihn einfach verfolgen! Oh! Warte! Ich hab ne Magnum! Oh! Warte! Mit so nem Schädel weg, Junge! Oh! Ich hab ihn! Nee, der läuft noch! Hehehehe! 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 Hast wahrscheinlich wie immer vorgezielt! Wie so ein... Es stand! Ich hab nicht vorgezielt! Ich hab halt einmal so nicht getroffen! Hehehehe! Hehehehe! Hier ist kacke! Gerade eben! Halt die Schnauze da hinten! Das wird die uns einfach auch nicht mitbekommen, ne? Oh! 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 Wo sind sie hin? Mhhhhh... Ich gucke... Ich seh's nicht... Wo sind die Spuren? Ich hab Spuren gefunden. Ja, direkt hier 10 orphanieren müssen. AHayHayAAAhaAA伊föy侯 AAAAAAAA Ah da. Ja, ich seh's. Wo ist der Fette? Ist der Fette das da vorne? Ja. Schießen? Ja, in den Arsch. Drei, zwei, eins. Getroffen! In die Beinchen, du Schwuppenschenkel. Er rennt. Aber nicht mehr lang. Noch mehr Blut. Das ist er. In deinen Arsch! Hey! Oh. Ey. Okay. Wollt ihr nicht anwirfen? Ich stehe in euch drin. Werd agressiv. Los. Aua. Oh. Ah! Er hat doch auf mich. Oh, nachladen. Also der eine liegt hier. Warte. Give me the money. Take it, bitch. Ich habe ihn getötet. Tö, 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 tö. In das Arschloch. Oh, noch einen. Ich habe dreimal ins Arschloch rein, Junge. So fertig bist du. So fertig. Wirklich. Ich habe aber ein Problemchen. Wenn man mal mein Leben anguckt. Tut schon weh. Sie kommen! Sie kommen! Sie wollen meinen Arsch! Schuss! Er liegt! Nächster! Schuss! Zwischen die Augen! Er liegt! Ich bin ja so gut, Junge! Wer bist du, Alter? Würde sagen, dass ich sie fähre, ne? Ha! Toten Tieren immer mit Respekt gegenüber handeln. Sind ja auch Tiere. Oh, holler. Hat sich wohl einen Schuss gelöst. Alter, in den Arsch rein. Und direkt in den Schädel. Meins! Wer bist du? Warum bist du zurückgekommen? Hä? Hä? Nicht in den Arsch, aber unnormal belohnt, Alter. Hier. Blut. Sehr gering. Da liegt! Du bist... Arme. Tja. Mach lange. Mach Foto mit mir. Warte. Oh, oh, ne. Oh. Oh, das Arschloch, Junge. Wir beide. Du steißbein, Darm, Magen, Muskel, Hüfte, Kreuzsteißbein, oder? Und ich Muskel, Hüfte, Junge. Immer dafür sorgen, dass dein dummes Schwuppenschenkel nicht mehr laufen kann. Normal, umgedrückt, oder? Aber hier rennt auch bestimmt auf die Sinterung. Steht da ein Reh. Es kommt gerannt. Ah, getroffen, Junge. Shit, ein Reh, es kommt gerannt. Es ist... Digga, der beste Jäger, Junge. Bismillah. Wer denkt, du, wenn du bist, kannst du einfach rumlaufen, oder was? Das ist mein Wald, damit das klar ist. Ah, Muskel, Lungenflügel, rechts. Du kannst doch nicht einfach schießen. Ich wurde nicht getroffen. Ah, ich weiß, wie die Leuchtspurenpfeile funktionieren. Ah. Wenn die irgendwo einstecken, dann machen die ein rotes Blinklicht. Und dann kannst du die Viecher bei Nacht quasi sehen. Ich will dir den blinkenden Analplug verpassen. Mit meinem Bogen. Du hast ganz, ganz komische Fantasien, weißt du das? Hä, das wäre doch voll lustig so. Wenn der leuchtet und dann auch in dem Winter her. Ich meine, es ist zwar jetzt nicht mehr dunkel, aber... Du willst ihm eine scheiß LED in den Arsch schießen. Ja. Soll ich dir auch mal eine LED in den Arsch rammen? Das wäre schön. Ich bin ein normaler Junge. Genau. Ich sitze da in so einem Anzug. Hey, ich habe einen Tarnanzug durchgespielt. Was ist denn da los? Da ist ein Wison. Hau um den Mixer. Ich will auf den Stein drauf. Jetzt aber. Mach ihn lang! Keine gute Idee. Meine Kamel fährt mir nur im Dürfen. Oh, du hast sie getroffen. Ohne Leer. Ich will ihm seinen Buttplug schießen. Rein in den Arsch. Ich habe getroffen. Er leuchtet. Ja, jetzt pack den Bogen rein. Wie lange willst du den brauchen, Mann? Oh, ich denke, ob ich habe getroffen. Er liegt. Ja, nimm den Quad mit, Alter. Umweltverschmutzung. Leuchtet der noch? Ja. Ah ja. Wir haben ihn so penetriert. Guck mal. Ich in den Arsch. Du in den Arsch. Bis dann durch und durch. Bis in den Kopf. Ich nochmal in den Nacken, Alter. Du einfach nochmal ins Bäuchlein. Ne, ich ins Bäuchlein. Und du auch nochmal ins Bäuchlein. Schön rein in den Arsch. Junge. Muskel, hüfte, darm, magen, kieferschädel. Alter, sauberer Duischuss. Wenn ich so zehn Pfeile in so ein Vieh schieße, ne? Meinst du, der leuchtet dann einfach wie so ein Weihnachtsbaum. How to create a Weihnachtsbaumvieh, Senala? Wir beide allein und keiner kann uns sehen. Ja, ne, äh, grüße. Willst du noch irgendwas sagen? Schaut bei meinem Shop vorbei. Dort könnt ihr coole Streampacks erwerben. Link in der Beschreibung. Das wird rausgeschnitten. Kursdecker. Like und Komi nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.